Frohes Neues Leute, das erste Video in diesem Jahr, was wir drehen und machen das Video für euch. Ultra Hype, dieses Jahr wird krank, das können wir schon mal ein bisschen spoilern. Okay, also jetzt, wo sind wir? Wir sind heute im Lindenpark, in Potsdam. Wir gucken mal was hier ist, es ist zum Glück noch ein bisschen hell, heute ist es ein bisschen wärmer. Heute ist ein schöner Tag, wir werden radeln, aber es ist ein bisschen nass und rutschig. Also, also gehen wir euch noch später nach der Hinten, weil da ist ja noch mehr, wie ihr wisst, wir waren nicht mehr lang hier und es geht los. So Leute, jetzt wärmen wir uns erst noch ein bisschen auf, würde ich mal bauten und ja. Jetzt fangen wir dran. So, jetzt erste Line, Kälte to Dryer Heroes. So, jetzt kommt der Hinten aus. So Leute, wir sind jetzt hier im Außenbereich, ich mach jetzt erstmal auf ganz entspannt. Ja, der Lindenpark Außenbereich ist auch geil, ist natürlich nicht, kann man nicht mit gelten mit einem Mellow, ist natürlich geiler, aber... Aber kann ich auch nicht beschweren. Genau. Äh, ja, da an der Taille Wall, da wo das Mädchen gerade so kruder ist, da mach ich jetzt erstmal auf ganz, 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 ganz ein Fuddi. Ein Fuddi. Digger, scheiße. Was ist da gerade passiert? Ich hab einfach aus dem Schuh gerutscht. Stark. Mann, Digger. Was machen Sachen? Rutsch durch. Ich weiß gar nicht, wer ist. Meiden ist gerade unmöglich, ist zu nass. Vielleicht versuchen wir wie früher nochmal. Ich rutsch die ganze Zeit so. Und? Das ist ultra glücklich irgendwie. Unendlich durch. Okay. Das geht nicht. Lieberding ist kurz was. Jo, Christian haut jetzt was geiles raus. Er macht da, wo die Kiddies sitzen. Da springt jetzt raus Manny. Fährt dann hier schön lang und da Manny wieder rein. Also Bunny Hop, denke ich, oder so. Jo, Manny, Manny, Manny. Ey, 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 Junge, jetzt hab ich. Geil. 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 Das war echt zick. Sehr gut. Eine Sekunde. Fabi macht jetzt hier einen 180 Foot Jam. Versucht hier einen Fakey und dann irgendwie hier rein zu halfcappen. Egal ob er es runter schafft oder irgendwie mit dem Vorderrad. Das lassen wir dann durchgehen. Aber er legt jetzt auf jeden Fall los. Au. Bisschen schneller. Ja, ja. Das ist easy machbar. Wie soll denn da gehen, Digga? Geil. Geil. Fabi probiert jetzt hier einen Foot Jam. Zieht da rum und fährt dann hier hin. Und hops, das komplett von oben nach unten auf dem Hinterrad einmal runter. In zwei Treppenstufen. Okay, let's go. Er fährt nochmal seine Glücksrunde. Jo, und jetzt? Jo, sieht aber geil aus. Nein. Oh, es ist wieder hassiert. Ja. 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 Oh Mann. Foot Jam Master. Zack. 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 Und jetzt? Boop. Egal. Der ist trotzdem chillig, Digga. Tschü. Okay, Fabi macht jetzt hier oben einen Rock to Fakey. To Fool Cap. Also, einen Fakey und dann hat er keinen Half Cap, sondern einen 360 Fool Cap. Jo. To Fool Cap. Okay, da stand ich gleich leicht im Weg. Okay, da stand ich gleich leicht im Weg. Oh Mann. Scheiße. Ey. Ey. Mann. Ah. Jo, der ist es. Fabian. Digga. Mach den jetzt. Jo, sick. Komm her. Sick. Jo, Christian ballert jetzt eine Line. Ja. Ballert eine Line. Okay, auf entspannt. Bis gleich. Komm. ز Manuel hörsel. Bottica. 2 1 2 Weeeee. 2 1 1 1 1 2 wir verbieseln und jetzt noch mal in die mini ramp keine menschen der fabian macht jetzt krasse sachen machen sie los macht jetzt einen teil tap zu dreier so wie sein vater umweltverschmutzung fern sie los live shot stand Ich bin so auf der Kante, da hat sich das angegriffen. Oh mein Gott, schluss! Der Fabian versucht jetzt hier drin zu fahren. Ist ein Zitat gewesen. Er schafft es nicht! Fahren sie los. Und jetzt? Leichtgewicht! Er macht den! Er macht den! Du, ja, du, Mack! Du, Mack jetzt hier rein! Zack! Ja, Mack, Mack! Du, dieser! Ja, ja, nee, nee! Nee, du dumm! Du, Mack ne Scheiße! Ja, du! Du, ja! Ja! Ja, okay! Stark! Ich mache jetzt einfach nur noch ein paar lustige Sachen und dann geht es um die Upmoderation. So, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Ja! Und ich fand das Video sehr, sehr gut und war eine nice Session. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir haben euch lieb. Lasst die Glocke an. Wie gesagt, frohes Neues wünschen wir euch. Dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Video, im nächsten Video und danach im nächsten Video. Und nicht vergessen zu teilen, liken, abonnieren und favorisieren für den Algorithmus. Tschüss!